Jetzt haben wir jetzt was Intro verpasst. Nein, ich nicht. Ich neb's ist momentan mit meinem PC los. Ich neb's passt ihm nicht. Und OBS. Ja. Hallo und willkommen bei WoSander. Hallo. Huch. Der trifft es auch so. Das ist der Hammer. Du wirst es mir von der Seite. Ich bin hinten. Was? Was ist die Schöpfung? Ich ne paschierst schon. Ja, irgendeiner ist schon da. Aber ich bin jetzt auch da. Da schiessen schon wie die Wilden. Die Wilde oder da? Der anderen Seite. Das darf ich mir glatt noch zutrauen. Hinter mir, hinter mir. Ah. Ich hab's nicht mehr geschafft. Da sind zwei. Ja, ich sech's. Da wo ich gestorben bin. Ich hab mich nicht mehr schnell da dran können. Ich zeig ihn nicht mehr. Jetzt ist der Rauch vor mir. Entschuldigung. Geil drin. Jetzt hat's jetzt rissen. Au. Au. Ich geh mit der Stuck. Au. Au. Mal. Da steigen ganz viele vor. Da sind dann ein paar rote Punkte auf der Merck. Bei dir. Ja. Aber, war… Die habt mich… Die habt mich denn nicht gesehen? Ah! Das war der, der mich unterfahren hat. Der von hinten, oder wie? Ja. Das war der, das bei mir vollgas durchprügelt ist wahrscheinlich. Ja, genau. Den habe ich am Laufwerk getroffen, aber wir haben ihn nicht geschafft. Boah, wo parken wir? Mein Gott, du Kradler. Jetzt habe ich bloß noch die Flak. Mit der Flak. Na toll, da können wir nicht weiter. Super. Da kann man durchfahren. Hast du wohl gedacht? Hat nicht funktioniert. Voll in die Sackgasse. Also pass auf, da vorne packt einer. Der hat jetzt drei insgesamt ausgeknockt. Mit mir. Oh. Wenn du um die Lagerhalle rumfasst, steht der gleich irgendwo rechts. Da vorne steht er, da vorne steht er. Treffer, er kann nicht mehr fahren. Nein, jetzt fährt der da vorne. Da vorne ist auch noch einer gestanden. Der ist jetzt weggefahren. ... Jetzt kommt nicht los. Jetzt liegt der Turm nicht. Jetzt ist alles beschädigt. Das kann er wieder. Das muss Feuer löschen. Duhst ihn durch nicht, gell? Ja, ich sehe ihn ja schon. Ich halte voll auf einem drauf, aber ich komme nicht durch, das ist irgendein russischer Suh, irgendetwas Der packt genau hinter dem Frack Ich warte, bis er geschossen hat, dann fahre ich vier Das gibt es ja nicht Jetzt hat mir ein Flugzeug ausgeschaltet, ich kann dir keine Tipps mehr geben Ich habe jetzt nicht den stärksten Panzer Ich kann nur warten, bis du wieder fährst Ja, ja, halt durch, ich komme Ich habe mir gerade eine Flugzeugplatte gemacht, ich werde wieder auf dich zukommen Drecks Flugzeuge wie ein Hass Ah Mann, ich brauche jetzt zum Zama So ein Stressball, aber der Meini liegt schon draußen am Fensterbanken liegen und brennen. Das kann nicht sein. Der hat doch geschossen. Der hat doch geschossen, der Typ. Warum hat der Leer wie noch mal geschossen? Der hat den Däxen auch gleich ausgeschossen, der, keine Ahnung, ungewohnt war. Ich meine jetzt nimm mir die Schweden, weil sie da ein bisschen besser läuft. Weil gefreut mich ja das noch ein bisschen. Da hat man schon die H.E. Also da vorne stehen so viele Fracks, der geht ab wie Schnitzel da vorne. Ja, ich fahr auf B jetzt. Ich fahr da nicht mehr hin. Ja. Ich fahr da hinten. Ich fahr da hinten aus. Ja. Ich fahr da hinten um die Hauberfläche. Ich fahr da hinten. Also das hier ist das hier. Dann haben wir da hinten, das hier. Und dann... Dann wir Lonnie mal gucken die Hauberfläche. Und dann sind die Hauberfläche zurückgegangen. Also der hat bestimmt einen Haferpunkt. Also der hat bestimmt einen Haferpunkt, hier gehört da. Hoher. Wie warst du denn? Wie warst du das? Ich hab keine Ahnung. Weder Alex oder Loco? Jetzt reicht's. Jawohl, Zwer vor mir! Jetzt sind Bestände im Ring hier drin. Du gibst mir den dicke Max da etwas Deckung, der vor mir brennt. Am wenigsten noch ein paar Punkte für... Bleibt er genau hinter. Jetzt geht's ab. Drei. Ja, wenigstens ein paar Punkte für die Eroberung. Aber es hat doch gerade noch ein Panzerjäger aufgeleicht, hätte ich gemohnt. Den habe ich glaube ich schon getroffen. Oder eher mich. Du hast ja schon recht kämpft. Ne, wenn wir das Ziel wieder, das so hart ich gekämpft habe. Dann schaue ich neu auf A. Das ist eine weiße Entscheidung. Überweite Fläche. Ja, das ist immer eine gute Idee. Durch zwei Leitplanken. Über den Bergauf hin. Alles überlebt, ciao. Alles überlebt, ciao. Jetzt nehmen wir uns bei. Na super. Jetzt weiß ich, vielleicht kriegst du noch ein paar Punkte für die Eroberung von A. 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 Haben wir bestimmt wieder die Map? Nein, bitte nicht. Also nur die und andere gibt. Dann sperren wir die anderen. Ob ich jemals da eine mutuelle Zeit mit dem deutschen Panzer, ich weiß es nicht. Das ist schwieriger, als ich erwartet. Jetzt werden wir ganz was anderes. Winter Map, oder? Nein. Nein. Nehmen wir mal den Flut. Glitzerpanzer. Haben wir den mit der Hit geschossen? Ja. Aber mit einem Punkt. Ja, wo fahre ich da am besten bei einem schnellsten Doppel? Am Bartfußdruck. Wie weit hat es gerutscht? Oh, es rutscht da so. Ah, nütze. Ganz schön schmierig da. Ich stelle mich mal auf die lange Gerade. Bart, fahr zu. Pressiert. Das endet nicht gut. Ganz sicher endet das nicht gut. Was tust du denn du da? War weg da, Bart. Mein Blut. Piss dich. Gebiet erobert. Sehr gut. Oh, sauber Zahl. 800. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Fünf, drei, drei, fünf. Ey, was möchtest du denn du da, Bart? Verpiss dich. Jetzt, na. Dass du nicht hinter uns schaust, gell. Meine Herren. Ja, ganz gut. Jetzt nehmt er, der Major nicht sehen, wie noch einer kommt. Da kommen wir, der Boah. Ja, ich seh nix. Der hat neben Jörg Nehwitt. Sieht gar nix. Der kann direkt vor mir stehen. Ich würd ihn nicht sehen. Jetzt klar trifft der Milch und nicht meinen Nachbarn, der was neben mir steht. Wo stehst du umeinander? Auf der langen Gerade durchsnipern. Da steht einer. Die lange Gerade ist immer noch besser, als die lange Dürre. Ja. Jetzt holen sie sich wieder an. Der andere Dödel nebe mit einer Volle Eifahrt schon neben mir. Nichts gesagt. Kann man es der Nebe weg. Zeig war da ein Feind. Er war halt schneller als ich. Ja, toll. Soll ich gerade geschossen. Na, vor allem. Hauszahn gefahren, vor lauter Schauen. Ah, voll daneben. Ah, fuck. Aber voll daneben geschossen. Klaue. Ich kann mich mit dem Stuhl malen nicht einmal den Radpanzer kaputt. Was so ist das? Was so denn das? Ja. Ich kann mich mit dem Stuhl malen nicht einmal mit dem Radpanzer kaputt. Jetzt wenn ich mit ihr bin ich hin, weil dann angeleitet, dann fährt er die Bäume. Nachladen, 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 schneller, schneller. Aua, schneller, schneller. Au. Naja, zwei Abschüsse. Scheiße, jetzt bin ich noch zwingend, wie da drin steht einer. Er bewegt sich besser nicht. Ja. 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 Jetzt strömen wir da wo die uns auch noch wieder hervorge, alter Schwede Ah du bist Schwede So alt da bin ich noch gar nicht Ziel unbeschädigt Jetzt ist er im Start in dem Spiel Ja aber mit der HED wo er eigentlich 240mm durchschluckt Vielleicht einen sauberen Altprall erwischt Kann auch gut sein Hingeschossen Ich meine es passiert zwar bloß immer uns, dass wir es abprallen haben und die anderen nicht Ich fülle an den Betonfusten dran Komm campi hier und singe, komm wenn sie von her und fern Alle wollen meine Munition, alle haben sie gern Ja jetzt hat er mich natürlich raus geschossen, jetzt steht er nicht mehr drin Boah ich hab mit der HED tatsächlich mal ein Ziel zerstört, ich glaub das hat mir auch noch nie passiert Ich fahr jetzt rein, egal wo es ist, wir kommen von der Seite Ich bin drin Mein Gott Ziel unbeschädigt, ja klar Kleine Dreckskarre Ich hab mir gerade ein anderes Lehm gekriegt von so einer kleinen Karre, weil ich den nicht platt gekriegt hab Es gibt es ja nicht, oder? Warum kann ich nicht ab, weil ich nicht drin bin? Oder weil jemand in der Nähe steht Ja aber da müssen sie abziehen normalerweise, oder? Nein, wenn einer mit drin steht nicht Ja da muss er Und schmunk Au, 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 au Au Treffer Ja Unterstützt sie jetzt den beim reparieren oder nicht? Ich sitze nicht Habe ich den noch drauf? Nein Kann ich dann mit dem Flieger Ja, mit dem Flieger Ich komme mal mit dem Flieger Ja Zieht der Kipferi Ein guter Jäger Da fehlt nichts In die Schlacht Ich wollte den anderen beim reparieren helfen, aber nicht sehen ob ich ihm geholfen habe oder nicht geholfen habe Wenn er bitte wieder weggefahren ist oder gestanden hilft beim reparieren Scheiße, was ist denn da los? Dann bin ich zerbröselt worden Und dem, was ich helfen will beim reparieren, da steht immer noch dort und warte Den hat es nicht zerbröselt Das ist das, weil man nett ist Ja, man sollte einfach nicht nett sein Das hat nichts Gutes Keine Glauben Da ist wirklich keine Bomben dabei Nein Auf A stehen glaube ich 5 Ziele Wo waren die jetzt? Ah, der fahrt schon auf unseren Bombenpunkt zu Dieser kleine Krattler Jetzt habe ich nur die Flagge Ja 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 Ich habe wieder geschlecht gewinnen Wow, du hast zu Gas gegeben 1.930 Punkte Du hab ihn Weiß ich nicht, aber die Punkte hast du Ja, weil ich auch erhobert hab Gleich am Anfang, wahrscheinlich Was denken Sie denn? Da raucht es so stark Ich seh ich nix Mission gescheitert Na Leute Wenn wir mal so lange wieder ohne Aufnahme Weil da läuft es super Und da wei ich mich doch ganz heimlich auf Vielleicht ist es dann nochmal besser Also, vielen Dank fürs Zuschauen Vielen Dank fürs Dabeisein Wir sehen uns im nächsten Video Servus